Ein fröhliches Hallo an alle Personen an den Endgeräten und herzlich willkommen zu Professor Pietras, wer, was, wann, wo, wie und warum. Genau, und ihr fragt mich immer wieder auch bei meinen Fragerunden auf dem Instagram jeden Freitag, also heute, wenn ich jetzt alles schaffe, dieses Video pünktlich rauszuschicken, woher ich denn immer alles weiß. Also machen wir heute mal was anderes. Wir machen ein Statistikspielchen, wir machen ein Auswertungsspielchen. Warum machen wir ein Statistikspielchen oder ein Auswertungsspielchen? Naja, ich komme aus der Pädagogik, aus der Sozialarbeit. Also Erziehung, Sozialarbeit, Pädagogik besteht aus Pädagogik, Soziologie, Psychologie und Rechtsgrundlagen. Und Pädagogik, Soziologie und Psychologie ist Statistik, 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 Statistik und dann die Auswertung dieser Statistiken. Dieses ganze Beratungszeug, was du da hast, das ist der Zuckerguss, der darüber gegossen wird und alle Leute, die irgendwie anfangen, Psychologie zu studieren und eigentlich nur das beraten wollen, die machen dann immer irgendwie auch so einen Rückzieher aus dem Psychologiestudium und sehr gerne auch aus dem Soziologiestudium. Denn Soziologie, Pädagogik und Psychologie ist Statistik, Statistik, Statistik. Welches Statistikspielchen oder welches Auswertungsspielchen machen wir denn heute? Na ja, wir machen einfach mal die deutsche Version von den Schlüsseln zum Weißen Haus beziehungsweise hier in Deutschland dann die Schlüssel zum Kanzleramt. Das Ganze wurde 1981 von einem Alan Lichtman entwickelt und der liegt in 90% der Fälle richtig. Keine Auswertung, keine Statistik ist zu 100% sicher. Alle Leute, die irgendwie sagen, ja, ich habe 100% Treffsicherheit, die lügen oder die sagen einfach dann irgendetwas, um ihr Produkt besser zu verkaufen. Das Interessante an diesen Schlüsseln zum Weißen Haus oder jetzt hier zum Kanzleramt ist, dass Alan Lichtman zusammen mit seinem Mitbewohner Wladimir Kailis-Borock, wenn ich den Namen jetzt richtig ausspreche, also der hat es da mit seinem Mitbewohner entwickelt und dieser Mitbewohner, der war in der Erdbebenwissenschaft unterwegs. Also so dieses ganze System basiert eigentlich auf einem anderen System, was dazu gedacht ist, um Erdbeben vorauszusagen. So, das ist aber nichts Neues in der Sozialwissenschaft oder meinetwegen auch in der Pädagogik, denn zum Beispiel auch die systemische Familientherapie ist von der Physik inspiriert. Und wer sich dafür interessiert, guckt sich vielleicht Paul Watzlabeck Anleitung zum Unglücklichsein an oder das Gute im Schlechten. Das sind eigentlich immer so diese populärwissenschaftlichen Standardwerke, die auch für Leute gedacht sind, die jetzt nicht so in der Materie stecken. Ebenso basiert auch der ganze Ansatz von einem gewissen Heim Oma zum Thema neue Gewalt beziehungsweise neue Autorität oder gewaltlose Autorität. Das basiert auf Schlafwissenschaft, also auf Schlafstudien mit Kindern, die Schlafprobleme haben oder mit Eltern, die Schlafprobleme haben. Und sehr wahrscheinlich sitzen jetzt ganz viele ehemalige Kollegen vor dem Endgerät, wenn sie denn dieses Video sehen und sagen, ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich. So, wir erraten jetzt also anhand dieses System den Kanzler hier vielleicht für die Leute, die es interessiert. Meine eigene politische Tendenz gerade, ich flüchte mich gerade in die kleinen Parteien, ganz einfach, denn ich bin aus Berlin und nach dieser Katastrophenwahl, die wir in Berlin hatten, saßen alle, also alle jetzt auch noch im Berliner Senat vertretenen Parteien rum und haben abgewartet, was sich da vielleicht irgendwie entwickelt. Und es waren dann im Prinzip Personen außerhalb des Berliner Senats, unabhängig von der jeweiligen Partei, die dann dafür gesorgt haben, dass diese Wahl wiederholt wird, beziehungsweise es waren Personen von kleinen Parteien. Ich erläutere jetzt nochmal das System von dem guten Herrn Lichtmann, was er da mit seinem Mitbewohner 1981 ausgedacht hat, sich ausgelobert hat. Also er hat 13 Fragen, beziehungsweise 13 Ja-Nein-Fragen, wo du dann immer den jeweiligen Punkt an den Gewinner gibst. Das Ding bei den Amis ist halt, die haben halt dieses Zwei-Parteien-System und das ist dann halt sehr speziell mit diesen ganzen Midterms und gibt es noch eine dritte Partei und Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe das jetzt so abgewandelt, dass ich auf 15 Fragen, beziehungsweise auf 15 Kategorien gekommen bin, die so allgemeingültig wie nur irgendwie möglich gehalten werden, denn man möchte eigentlich so das Qualitative, also so die eigene Meinung, bei dem Ganzen möchte man raushalten und sich einfach auf das Quantitative konzentrieren. So und jetzt auch zu der Frage, wen vergleiche ich denn jetzt? Ich vergleiche jetzt alle Fraktionen, die im Bundestag vertreten sind. Es gibt Fraktionen, nicht parteilose, nicht Gruppen, Fraktionen. Das wären dann nach aktuellem Stand SPD, CDU, AfD, Grüne und FDP. Wie rechnen wir jetzt bei diesen 15 Kategorien? Naja, also entweder kriegst du den Punkt oder du kriegst den Punkt nicht. Das heißt, im besten Fall kannst du, wenn die Kategorie auf dich als Partei zutrifft, kannst du am Ende 15 ganze Punkte gewinnen. Es gibt keine Minuspunkte. Das ist, also die Skatspieler unter euch kennen das. Also wir machen hier ganz einfach die Plusrechnung. Derjenige von den fünf Kandidaten, die ich jetzt hier habe, also von den fünf Personen der jeweiligen Partei, die ich auch gleich nochmal nenne, der am Ende dann die meisten Punkte hat, ist dann nach dieser Prognose sehr wahrscheinlich der nächste sichere Kanzler. Und hier hat nochmal ganz klar gesagt zu werden, also es ist jetzt noch ein Jahr bis zur nächsten Bundestagswahl hin. Einige Fragen kannst du jetzt noch nicht beantworten. Eigentlich müsste man in diese Fragen dann nochmal drei Monate vor der Bundestagswahl irgendwie auswerten, was wir dann nochmal machen werden, wenn ich es denn nicht vergesse. So, wer geht für welche Partei ins Rennen nach aktuellem Stand? Ganz klar. Ist es für die SPD ein Olaf Scholz, der jetzige Kanzler. Für die CDU ist es der Friedrich Merz. Für die AfD habe ich, also die haben eine Doppelspitze. Ich habe jetzt Alice Weidel genommen. Warum habe ich Alice Weidel genommen? Alice Weidel gehört zum westdeutschen Flügel der Partei und die westdeutschen Parteienverbünde in ganz Deutschland, egal welche Partei, haben immer die meisten Mitglieder, immer mehr Mitglieder und können sich so stimmenmäßig stärker durchsetzen. Für die Grünen geht der Robert Habeck an den Start und für die FDP der Christian Lindner. Und wir kommen zur ersten Frage, zur ersten Kategorie. Wie gab es einen Stimmenzuwachs im Bundesrat für irgendjemanden, für eine der Parteien, die am Start sind? Also wir hatten ja jetzt gerade die ostdeutschen Wahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Da ist es gerade so oder sieht es nach aktuellem Stand so aus. Sachsen wird CDU geführt. Brandenburg von der SPD und Thüringen ist irgendwie mit sich selber beschäftigt. Und das war vor der Wahl auch so. Also da gab es keine Veränderung. Und hier auch nochmal schöne Grüße aus Ostdeutschland. Thüringen war immer so. Es ist egal, wo ich da historisch anfange. Das gehört halt auch zu der Auswertung von bestimmten Daten. Es ist egal, wo ich anfange. Egal, ob DDR, Deutscher Bund oder meinetwegen irgendwie vor dem Fränkischen Reich. Thüringen ist immer mit sich selber beschäftigt. Das waren aber nicht die einzigen Landtagswahlen, die den Bundesrat beeinflussen, die seit der letzten Bundestagswahl stattgefunden haben. Wir hatten unter anderem auch das Saarland und Berlin. Die SPD hat der CDU das Saarland abgeluchst und die CDU hat der SPD Berlin abgeluchst. Saarland hat drei Bundesratstimmen, Berlin hat vier Bundesratstimmen. Damit hat die CDU eine Stimme Zuwachs im Bundesrat. Somit geht der Punkt an die CDU. Und schon bei der zweiten Frage, bei der zweiten Kategorie, muss ich mich selber ermahnen, auf die Wortwahl zu achten. Denn es ist besser, über Unionsparteien jetzt, wo wir in Richtung Bundestagswahl wandern, zu reden. Denn es geht jetzt bei der zweiten Kategorie, bei der zweiten Frage darum, wer hat denn die Bundesratmehrheit? Also wer hat von allen die meisten Stimmen? Ich mache das jetzt idiotensicher und weise nochmal darauf hin, die jeweiligen Stimmen im Bundesrat richten sich nach der Bevölkerungsgröße. Somit, wenn du zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen zusammennimmst, dann hast du 60 Prozent der deutschen Bevölkerung aus der Bundesrepublik Deutschland, ganz aus Deutschland, inklusive Berlin, passt in Nordrhein-Westfalen rein. Und bei diesen vier Großen kannst du dann eigentlich auch schon gewisse Tendenzen ableiten. So ist Nordrhein-Westfalen CDU geführt, Bayern ist CSU geführt, Niedersachsen ist SPD geführt und Baden-Württemberg ist Grüne geführt. Die zwei größten Bundesländer im Osten wären Berlin und Sachsen. Also das sind die entscheidenden Faktoren in Ostdeutschland. Also Brandenburg hat sich mit Mecklenburg-Vorpommern zusammenzutun, um Berlin zu überholen und Thüringen hat sich übrigens mit Sachsen-Anhalt zusammenzutun, um Sachsen zu überholen. Wie dem auch sei, sowohl Sachsen als auch Berlin sind CDU geführt. Lange Rede, kurzer Sinn. Zähle ich alles zusammen. Dann hat die CDU, beziehungsweise die Unionsparteien haben 33 Bundesratsstimmen. Die SPD hat 26 Bundesratsstimmen. Dann haben wir noch die Grünen in Baden-Württemberg mit sechs Stimmen. Und die Linke aktuell mit Thüringen hat vier Bundesratsstimmen. Das heißt, der Punkt geht ganz klar an die Union, wenn ich alle unionsgeführten Länder zusammen tue. Und selbst wenn ich jetzt Bayern abziehen würde, damit die sechs Bundesratsstimmen haben, dann kommt die CDU geführten Länder, die kommen auf 27 Bundesratsstimmen. Also eine Stimme mehr als die SPD geführten Länder. Und somit geht der Punkt an die Unionspartei. Frage 3, Kategorie 3. Steht die Partei geschlossen hinter den Kandidaten? Es geht jetzt hier erstmal um nichts Inhaltliches. Es geht einfach nur darum, steht die Partei geschlossen hinter den Kandidaten? Gibt es irgendwelche Durchstechereien? Da ist auch einhellig die Meinung, also so die allseits bekannten, seit Jahrzehnten berühmten Frotzeleien aus Bayern haben einen Armin Laschet das letzte Mal auch Stimmen gekostet. Da ist nach aktuellem Stand die Situation so, dass die Unionsparteien sich auf Friedrich Merz geeinigt haben. In der SPD rumort es. Da ist man sich noch nicht sicher. Da weiß man noch nicht, ob man den Kandidaten jetzt für toll findet oder nicht. Die AfD steht beschlossen hinter ihrem Kandidaten, ihrer Kandidatin. Die Grünen organisieren sich jetzt und alle reden über Robert Habeck, also scheint da Geschlossenheit da zu sein. Und die FDP, also da habe ich jetzt auch nichts Gegenteiliges gehört, steht geschlossen hinter Christian Lindner. Das heißt CDU bzw. Unionsparteien, Grüne, AfD und FDP kriegen jeweils einen Punkt, die SPD nicht. Kategorie 4, Frage 4. Und zwar ist auch eine Frage, eine Kategorie, die so im amerikanischen Original nicht vorkommt, weil wie gesagt, wir sind nicht Amerika, wir haben ein anderes System als die dahinter im Teich. Und zwar ist die Frage, welche Partei, welche Parteienbewegung hat denn die meisten Mitglieder? Also welche Partei hat auch das größte Mobilisierungspotenzial? CDU und SPD dümpeln beide um die 350.000, mal ist einer vorne, mal ist der andere vorne und so weiter und so fort. Die CSU bringt nochmal 100.000, 150.000 je nach Jahreszeit, je nach politischer Lage, bringen die da nochmal 100.000, 150.000 Mitglieder mit. Das heißt, wenn ich die Unionsparteien zusammenfasse, dann sind die Unionsparteien mitgliedsstärker und somit geht dieser Punkt an die Unionsparteien. Frage 5, Kategorie 5. Treten die Amtsinhaber der jetzigen Koalition noch einmal an, haben die also einen Amtsbonus. Klares Ja nach aktuellem Stand, also ein Punkt für SPD, Grüne und FDP. Nächste Frage, nächste Kategorie Nummer 6 und zwar ist die Frage, Achtung, Fragestellung. Hat der Kandidat, denn die Kandidatin in seiner Heimat das direkte Mandat erringen können? Denn der größte Patriotismus ist immer noch der Lokalpatriotismus, also ich zum Beispiel bin zuerst, ich sag jetzt mal, äh, 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 Hellersdorfer und dann erst bin ich Ostberliner, dann erst bin ich Berliner, dann erst bin ich Ostdeutscher und dann erst bin ich Deutscher. Also so, das ist ganz einfach die Hackordnung, an die du dich hier halten musst, wenn du in Deutschland irgendwie politisch was reißen möchtest. Und da gibt es nämlich den interessanten Fall, also Olaf Scholz hat das direkte Mandat erringen können, der ehemalige Bürgermeister von Hamburg. Das hat er aber in Potsdam errungen. Also er wurde da auf einen sicheren Wahlkreis raufgesetzt. Ähm, streitet euch in den Kommentaren. Dann, ich gebe ihm den Punkt nicht, denn darauf reagiert der Ossi zum Beispiel allergisch, ganz einfach. Also das kostet ihm Stimmen, wenn er es in Hamburg errungen hätte, dann wäre das ein Punkt gewesen. Dann Friedrich Merz ist da ein absolutes Powerhouse, der war ja irgendwie kurz raus aus der Politik, hat gesagt, ich mache jetzt hier was anderes. Dann ist, der hat davor das Wahlkreis Mandat, das direkten Mandat immer errungen, dann ist er wiedergekommen und hat gesagt, ich bin jetzt wieder da. Und dann hat er das direkten Mandat auch wieder bekommen. Alice Weidel hat kein Direktmandat, kriegt keinen Punkt, ist über eine Liste eingezogen. Robert Habeck hat das Direktmandat errungen, kriegt den Punkt. Christian Lindner hat das Direktmandat nicht errungen, kriegt den Punkt nicht. Nächste Frage, Nummer 7, Glücksnummer. Und zwar ist die Frage, ist die Wirtschaft des aktuellen Jahres stark? Also jetzt hier in diesem Jahr, kann sich nächstes Jahr noch ändern, jetzt hier in diesem Jahr stagniert die Wirtschaft und die Arbeitslosenzahlen, worauf der Deutsche ein Stück weit allergisch reagiert, steigen leicht. Also wir sind aktuell bei 6,1% und alles unter 5% sind goldenen Zeiten, zwischen 5 und 10% sind kritische Zeiten, ab 10% sind es dunkle Zeiten. Wie dem auch sei, die aktuelle Wirtschaft jetzt hier in diesem Jahr stagniert. Das heißt, der Punkt geht an die Herausforderer, beziehungsweise an die Parteien, die nicht in der Koalition sind, die Fraktionen. Das wäre CDU und AfD. Darauf baut dann auch die Folgefrage auf. Wie ist denn die Wirtschaftsentwicklung in der gesamten Legislaturperiode? Also seit 2021. Man sieht hier auch sehr schön, also Merkel ist auf einer unglaublich guten Konjunkturwelle gesurft und die Wirtschaft in der gesamten Legislaturperiode stagniert und die Arbeitszahlen gehen leicht nach oben. Also im Vergleich zu 2021 haben wir einen Zuwachs von Arbeitslosen von 0,4%. Also so der große Knall bleibt da auch aus. Wie dem auch sei, es ist keine positive Entwicklung. Sie stagniert, die Arbeitslosenzahlen gehen leicht nach oben und dadurch geht auch dieser Punkt an CDU und AfD. Frage Nummer 9, Kategorie Nummer 9. Wird denn regiert? Also gibt es Regierungsinitiativen, die sich von den Vorgängern abgrenzen? Also von der Vorgängerregierung, von der Merkel-Regierung. Und hier ein ganz klares Ja. Also nach der Berger-Rittelsmann-Stiftung wurden, glaube ich, ungefähr 40% von allen geplanten Vorhaben irgendwie umgesetzt. Und dazu gehören unter anderem das Deutschlandsticket. Dann gehörte dazu, dass der Bundesverteidigungsetat erhöht wurde. Dann wurde das Bundeskartellamt gestärkt und dann wurde unter anderem auch noch der Mindestlohn erhöht. Das sind nur einige Beispiele, die mir jetzt so aus dem Kopf einfallen. Ihr könnt da gerne nochmal nachgucken, wie dem auch sei. Dieser Punkt geht ganz klar an die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP. Okay. Frage Nummer 10, Kategorie Nummer 10. Es gibt keine sozialen Unruhe. Das ist der Titel. So, da hast du ganz klar zu sagen, ja, doch, es gibt ein bisschen soziale Unruhe. Also erstmal haben wir gerade wieder Überschwemmung. Wir hatten übrigens das ganze Jahr über Überschwemmung. Ich sitze hier auch gerade in meiner Brandenburger Bauder, so in der Nähe von der Oder, weil man muss ja mal gucken, wie denn so der Wasserstand ist und ob alles in Ordnung ist. Dann haben wir da ganz klar die Pro-Palästina-Demonstrationen auch hier in Berlin und auch woanders in Deutschland, wo mittlerweile ja auch Journalisten angegriffen werden und wo mittlerweile also auch hier in Berlin Kinder instrumentalisiert werden von den Pro-Palästina-Demonstranten. Und dann stellt sich auch so ein bisschen die Frage, wir hatten mittlerweile noch nicht gestreikt. Also wir hatten ja den Bauernstreik unter anderem. Dann haben wir hier aktuell in Berlin den Kita-Streik in Bezug auf die Kita-Krise. Und also da summieren sich so einige Sachen schon zusammen. Das heißt, es gibt soziale Unruhen. Der Punkt geht an die Herausforderer CDU und AfD. Frage Nummer 11, Kategorie Nummer 11. Wie sind wir denn im Ausland angesehen? Also ist die Außenpolitik auch stabil und kontinuierlich und nicht irgendwie vielleicht ein Fähnchen im Wind? Hier ganz klares Ja. Also das war auch einer der Gründe, warum der Verteidigungsetat erhöht wurde. Dann ganz klar Solidarität mit Israel nach den Angriffen und den taktischen Vergewaltigungen durch die Hamas am 7. Oktober und dem Bombardement durch die Hisbollah aus dem Libanon am 8. Oktober 2023. Ganz klar Solidarität mit der Ukraine nach dem Angriffskrieg durch Russland. Das ist ein klarer Punkt für die Regierungskoalition, also SPD, Grüne und FDP. Frage Nummer 12, Kategorie Nummer 12. Stimmt die Parteininie oder steht die Parteininie? Jetzt geht es um das Inhältliche, nicht um den Kandidaten. Und hier hat ganz klar gesagt zu werden, also Friedrich Merz hat da ganz klar die Umfaller-Diskussion. Die Unionsparteien haben früher immer gesagt, rechts von mir, da ist nur die Wand. Und Friedrich Merz meinte jetzt irgendwie so, naja, Brandmauer haben wir nie wirklich gesagt. Das Thema rechts von mir ist die Wand, das geht zurück bis, keine Ahnung, 49. Also das war immer die Haltung der Union. Er kriegt hier den Punkt also ganz klar nicht. Und wir sind hier übrigens in Zeiten des Internets. Und innerhalb von fünf Minuten kann ich herausfinden, wer was gesagt hat vor zwei Jahren. Gleichzeitig, wenn ich morgen das Internet abschalten würde, würde irgendjemand von der Presse die alten Zitate herausfinden und vergleichen. Und dann wäre das der Aufhänger für die nächsten drei Wochen gewesen. Dann haben die Linken und auch ganz klar die bürgerlichen Parteien ein absolutes Antisemitismus-Problem. Also was nützt mir ein Christian Lindner, ein Olaf Scholz, eine Annalena Baerbock, die ganz klar die Solidarität mit Israel praktizieren und durchziehen, wenn du in der zweiten, dritten, vierten, fünften Reihe irgendwelche Kommentatoren hast, die da sagen, naja, Israel kannst du ja doch mal irgendwie kritisieren. Und übrigens, es gab auch Je suis Charlie, da waren alle durchgängig irgendwie solidarisch mit Frankreich. Aber bei Israel, die darfst du doch irgendwie kritisieren. Und dann haben wir hier in Berlin nochmal irgendwelche ganz besonders speziellen Blüten, denn wir haben mittlerweile auch Abgeordnete von der SPD, also der Arbeiterpartei, die den Streik offen kritisieren. Und das hat übrigens bundesweit in bestimmten Kreisen massive Meinung, also deftige Meinung hervorgerufen. Und hier hat ganz klar gesagt zu werden, bei dieser Frage steht die Parteilinie, also ist die Partei inhaltlich klar zu identifizieren. Da geht der Punkt an die AfD. Kategorie Nummer 13. Es gibt keinen Skandal. Also keiner der Parteien oder keiner der Spitzenkandidaten ist irgendwie skandalbehaftet. Und es geht hier um die jetzige Legislaturperiode. Also es wird ja immer irgendwie, auch bei Friedrich Merz, der gerne irgendwie erzählt, ja damals, 1997, also vor dem Irakkrieg, vor dem Euro, unter Kohl, da hat der Friedrich Merz 1997 ja mal irgendwie abgestimmt. Hier auch zur Information, alle Leute, die 1997 geboren sind, sind aktuell keine Erstwähler mehr, das sind aktuell übrigens Drittwähler. Und es geht, wie gesagt, aktuell um das Hier und Jetzt. Das ist eine dieser Fragen, die kann sich im nächsten Jahr noch drehen, weil man weiß ja nicht, ob da vielleicht irgendwie was rauskommt. Zum aktuellen Zeitpunkt hast du zu sagen, weder CDU, SPD, Grüne noch FDP haben irgendeinen Skandal. Die AfD hast du ganz klar zu sagen, da ist immer irgendwie ein Skandal. Das heißt, die Punkte gehen ganz klar an CDU, SPD, Grüne und FDP. Vorletzte Kategorie Nummer 14 ist der Kanzler. Charismatisch, also der auch damit verbundene Spitzenkandidat. Nein, ist er nicht. Also Olaf Scholz verliert gegen alle, die du ihm zur Seite stellst. Sei es jetzt innerhalb der eigenen Partei oder sei es irgendwelche Konkurrenten. Also auch Friedrich Merz, der da vor dem Euro, vor dem Krieg 1997 noch unter Kohl irgendwas gemacht hat und auch dasselbe Alter ist wie Olaf Scholz, Pi mal Daumen. Der ist charismatischer als der. Und du hast ja auch ganz klar zu sagen, Helmut Kohl hatte seinen Saumagen. Gleichzeitig, wenn du Helmut Kohl auf einer Demonstration mit Eiern beworfen hast, dann kam Helmut Kohl auf dich zu mit seinen 1,93 Meter und dann wollte Helmut Kohl das klären. Also der Sicherheitsdienst hat da nicht den Kanzler beschützt. Gerhard Schröder, ganz klar, ist auch ein Flutkanzler, wie übrigens auch ein gewisser Helmut Schmidt. Also Helmut Schmidt und Gerhard Schröder haben sich da um gewisse Überschwemmungen gekümmert. Gleichzeitig hatte dann der Gerhard Schröder auch seine Currywurst und Angela Merkel hatte auch ihren Hering. Lacht darüber, wie ihr wollt. Denn Angela Merkel ist nicht das ostdeutsche Mädchen. Angela Merkel ist das Mecklenburger Mädchen. Da sind wir auch wieder bei dem Thema mit dem Lokalpatriotismus. Und Olaf Scholz verliert auch ganz klar, wenn du ihn mit Personen aus seiner eigenen Fraktion vergleichst. Unter anderem ein Michael Müller, auch ehemaliger Bürgermeister von Berlin. Der hat sein Direktmandat in seiner Heimat geholt. Und der ist auch artig schön auf seiner Wessi-Seite geblieben. Damit geht dieser Punkt oder damit gehen diese Punkte automatisch an alle anderen Parteien. Also CDU, AfD, Grüne und FDP. Kategorie Nummer 15, Frage Nummer 15 und damit die letzte. Hat der oder die Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin schon mal Regierungsverantwortung ausgeübt, übernommen oder vielleicht auch eine Regierung geführt, vielleicht zu einer Landesregierung oder eine Stadtregierung. Und das vor der jetzigen Regierungstätigkeit. Und hier bitte auch, wie gesagt, was Richtiges. Also war er oder sie oder es Minister, Ministerpräsident, war er oder sie oder es Bürgermeister einer größeren Stadt. Also ich sag jetzt mal München, Köln, Hamburg und ich irgendwie Dorf in Hintertupfingen. Und hier ganz klar, also Olaf Scholz war Bürgermeister von Hamburg. Dann Friedrich Merz war immer nur Abgeordneter gewesen, hat nie einen Ministerposten oder irgendwie eine Regierung geführt. Dann Alice Weitel ebenfalls war immer nur Abgeordneter, war auch nicht irgendwie Bürgermeisterin von irgendwie Hintertupfingen. Robert Habeck war Minister in Schleswig-Holstein und war da irgendwie auch für Energie und Umwelt zuständig. Ist egal, er war Minister in Schleswig-Holstein. Weil Christian Lindner war auch nie wirklich Minister, Ministerpräsident außerhalb des Bundestages. Und somit geht der Punkt hier an Olaf Scholz und Robert Habeck. Somit kommen wir zur Auswertung von diesen 15 Kategorien. Und wie gesagt, es geht hier um den ersten Platz. Es gibt hier nur einen Gewinner. Nichtsdestotrotz gebe ich die Punkte nochmal durch. Auf den letzten Platz kommt die SPD mit 5 Punkten. Auf dem dritten Platz kommen zusammen die AfD und die FDP mit jeweils 6 Punkten. Auf dem zweiten Platz landen die Grünen mit 8 Punkten. Und auf den ersten Platz kommen die Unionsparteien mit Friedrich Merz. Wie anfangs schon gesagt, also bis zur Bundestagswahl ist noch ein Jahr hin. Und die letzte Landtagswahl vor den Bundestagswahlen ist übrigens Hamburg. Und das kann sich alles noch ändern, teilweise bei diesen ganzen Kategorien. Und sehr gerne können wir dieses ganze Spielchen dann 3 Monate vor der Bundestagswahl, wenn dann auch Hamburg durch ist. Das müsste, oh Gott, September 9, Mathe schlecht aussehen, gut. Das müsste im Juni sein. Also wir können das ganze Spielchen dann im Juni nächsten Jahres nochmal wiederholen. Ansonsten folgt mir auf Threads, TikTok, Instagram, Soundcloud. Mache ich dann irgendwie, aktualisiere ich nochmal. Und Spotify richte ich auch dann vielleicht irgendwann ein. Aber aktuell bin ich bei Threads, Instagram und TikTok am Start. Und auch Soundcloud, da sind noch ein paar ältere Sachen mit dabei. Und ansonsten, gehabt euch wohl und lasst euch nicht ärgern.